Als Schirmherr der Aktion Willerwald freue ich mich darüber, dass jetzt mittlerweile 250.000 Quadratmeter Bäume gepflanzt worden sind bei uns in Schleswig-Holstein und danke auch an Holstein Kiel, dass Sie die Aktion großartig unterstützen. Wir von Holstein Kiel finden das natürlich ein großartiges Projekt und wenn wir dann unseren Teil dazu beitragen können dürfen, wenn wir Tore schießen, dass wir der Umwelt noch was Gutes tun, dann ist es ja ein doppelter Anreiz. Wir haben natürlich schon viele Tore geschossen, aber hoffen natürlich, dass wir noch viele weitere schießen werden, damit hier noch einige Bäume gepflanzt werden.